Die Firma Spier ist ein Familienunternehmen, welches jetzt in der vierten Generation ist und stellt heute Aufbauten und Anhänger her in der Tonnageklasse von 3,5 bis 40 Tonnen zulässt Gesamtgewicht. Unser Unternehmen ist so alt, so alt ist noch gar nicht das Automobil. Das heißt, mein Urgroßvater hat damals eine Stellmacherei gegründet und es wurden Kutschen gefertigt. Wir haben unsere Produktpalette im Laufe der Jahre immer mehr erweitert und haben auch die unterschiedlichsten Branchen, für die wir diese Aufbauten liefern dürfen. Die Bedürfnisse unserer Kunden, die sind sehr unterschiedlich. In erster Linie ist natürlich die Qualität des Produktes und unserer Prozesse entscheidend. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiges Momentum, weshalb sehr, sehr viele Endkunden die Zusammenarbeit zwischen Mercedes-Benz und Spier schätzen. Im Jahr 2006 haben wir Ventsolution eingeführt und heute können wir sagen, dass wir sehr froh sind über die Entwicklung des Ventsolution-Programmes. Von den Stückzahlen her, von der Zusammenarbeit. Es ist ein bevorzugtes Programm von uns. Anspruch ist einfach das Beste, gemeinsam darzustellen zwischen uns und Mercedes-Benz für unsere Kunden. Auf der Entwicklungsseite ist die Zusammenarbeit sehr intensiv, sodass wir im Vorfeld tagtäglich intensive Kommunikation führen. Das heißt, wir stimmen uns auf beiden Seiten ab, dass wir für den Kunden einwandfreie Fahrzeuge liefern. Bei unserem Kofferaufbau und Ventsolution achten wir auch auf das Thema Nutzlast. Mit der Weiterentwicklung des Mercedes-Benz Sprinter wurden die Gewichte für das Fahrgestell reduziert und mit unserem bestehenden Kofferaufbau setzen wir geeignete Materialien ein, um für den Kunden die größtmögliche Nutzlast erzielen zu können. Das Fahrzeug wird bei uns angeliefert und dann setzt sich unser Aufbau wie ein Baukasten zusammen. In der Rahmennontage wird die Elektrik montiert, wird der Hilfsrahmen, das Verbindungsstück zwischen Fahrgestell und dem Aufbau montiert. Anschließend geht das Fahrzeug dann in unsere Linienfertigung. Und so setzt sich dann das Fahrzeug zusammen wie ein Baukasten. Am Ende der Linie steht dann ein fertiger Mercedes-Benz Sprinter mit einem Spierkofferaufbau, der eingesetzt werden kann oder nach Kundenwunsch auch noch lackiert oder beschriftet wird. Das Besondere an unserem Produkt ist das Aeroform-Design. Mit diesen abgerundeten Aufbauprofilen wird der CW-Wert reduziert. Kraftstoffeinsparungen sind möglich. Zudem sieht unser Aufbau auch noch klasse aus. Er ist nicht nur funktional, sondern er darf auch schön sein. Das Besondere an der Firma Spierkoffer ist, dass es ein Familienunternehmen mit Herz ist. Zu einem Herzen gehört die Leidenschaft und ich denke, dass in jedem Mitarbeiter die Leidenschaft für Aufbauten steckt. Ich sage es immer salopp, wir ticken technisch. Wir haben Spaß daran, immer wieder neue technische Lösungen zu entwickeln und herzustellen. Das ist das Salz in der Suppe. Das macht uns einfach Spaß, zusammen mit Mercedes-Benz ideale Kunden individuelle Fahrzeuge für den Markt anzubieten. Das macht uns einfach Spaß, zusammen mit der Leidenschaft und die Leidenschaft und die Leidenschaft und die Leidenschaft und die Leidenschaft.